mal was macht der papa hat gemeint wenn noch mal irgendwas schrott sein sollte oder irgendwas nicht mehr geht kauft dass ich komplett neuen pc dann kackt er nicht mehr rum und kauft sich neue teile grafikkarte habt ihr doch erst ja aber es war auch notwendig aber wenn noch mal was sein sollte eben deswegen ganz ehrlich ich hoffe dass noch mal was ist also die zeit ist da für dich ich spiele auch immer noch auf windows 7 ich hätte mal gerne windows 10 auf jeden fall schon mal unterschied wir haben selbst in unserer hätte doch macht könnt schon längst ja aber mein gott das ist halt mein dad auch dazu mein dad mein onkel und noch ein freund weiß die hänge alle immer drei am mittwoch immer oben und zocken die haben ja alle den gleichen pc für die gleichen voraussetzungen und wenn da einer was ändert dann ändern gleich alle was das ist halt das gruppenzwang ja genau so ungefähr kann man sagen eigentlich und er hat auch gemeint wenn noch mal was sein sollte kauft sich neuen pc aber dann auch nur wenn die anderen mitmachen wir haben selbst in der schule haben wir windows 10 auf den computern oben oben sehr gut Man erschreckt sich vor den eigenen Geräuschen hier. Wir kommen gleich. Roten Fässer, die kann es sprengen, wenn da einer hockt. Falls ein rotes Fass in der Nähe ist, am besten aufs Fass. Empfange Signal vom Aufklärungsturm. Er ist fast aktiv. Wir sind in der Nähe. Das ist ein Neuk. Kontakt mit dem Tieren. Ich muss noch nicht gerafft glaube ich. Kann sein, dass er jetzt hier hockt. Scheiße, wer ist denn hier? Aufklärungsturm wieder online. Aufklärungsturm. Aufklärung. Der Block hängt zwischen den Containern, da muss ich eh der Mörser erwischt. Und die Container sind da, da war der. Und der hat die jetzt hinten da oder was? Ne, ne, ich habe einen bei mir in der Nähe, meinen eigenen. Kann ich ja. Da schau, der ist ja aufgedeckt und der Sniper ist ganz hinten auf dem Berg oben rechts. Wo kommt's her? Da hinten auf dem Berg ist der Sniper irgendwo. Der ist vor dir, Bursch. Unten rechts, unten rechts. Ach, shit. Schade. Der liegt aber ab da, ne? Siehst du keinen Menschen auf dem Boden liegen. Kannst du nichts sehen, wenn die da rumlatschen. Ich werde die Soldier holen. Da wird er abgehend, der uns hätte holen können. Vor allem, er rennt den Weidenweg. Ach so, blöder. Die Assi-Land. Ist da Seeland. Vielleicht schaffen wir's ja. Das ist schief, geil. Das ist schief, geil. Jetzt brauchen wir die Position vom letzten. Da hab ich da oben auf dem Berg. Den hab ich aber schon in der Tat schon ein bisschen was gekriegt. Aber der war auch hier. Ich hab zwei Leute hier laufen sehen. Die zwei sind weg, die hier waren. Die zwei sind weg, die hier waren. Die zwei, die hier waren, sind weg. Der Sniper liegt immer noch da oben. Hundertprozentig. Ich hab ihn doch eine verpasst. Ich hab ihn zu Hause kam. Ich hab ihn. Ich hab ihn hier. Ich hab ihn von dir geschehen. Ich schließe einfach auf die Position, wo das Rad aufkommt. Ich fange ein Signal vom Auswehraufschirm. Der Hund, der Gegner kommt vom Vieh. Ich hab ihn getroffen. Haha. Fallstreffer. Das ist doch niedergestreckter Geier. Der Sniper von Recruit, das fällt so schnell runter hinten, das Ding. Übelst vorhalten, Wahnsinn. Wie sieht's aus bei Mikey? Ist die Platte? Nee, ist noch nicht ganz fertig, aber gleich. Jetzt sind so 90% die ich hab. Also ich bin jetzt auf 17.09, gell? Das haut hin jetzt, das System. Mhm. Bisschen anders da jetzt, gell, wenn du das dann aufrufst. Hat sich alles ein bisschen verändert. Aber es ist im Prinzip Windows war immer Windows. Nee, ich sag jetzt noch mal. Hab's noch gesehen, war dann jetzt so mehr und mehr Sachen dastehen, das was gerade ist. Ich muss sagen, die, äh, die Systeme, also Microsoft schimpfen zwar immer alle auf Windows, aber ich finde mittlerweile sind die echt gut. So lange keine richtigen Abstürze und so einen Scheiß, ne? Also ich finde, das läuft richtig stabil. Ja. Aber ohne 8 wäre es halt auch nicht so. 8 war halt das Lernen zu kriegen dafür. So jetzt, jetzt, jetzt konnte ich grad, als dieses Festplatten-Dings fertig war, auf Reparieren drücken. Das mach ich jetzt. Aha, genau. Ist irgendwas inkonsistent. So. Fließen. Jetzt habe ich ein Update für Ghost Weekend mit 300 Megabyte. Schön. Ist das, was da schiefgelaufen ist wahrscheinlich. Gar nicht. Ist das dann das, was weg ist meinst du, oder wie? Also liegt das dann echt an der Festplatte, weil die zu alt ist, oder wie? Das muss ich dann gleich mal sagen hier, ne? Wäre da nicht wirklich toll. Jaaaa. Jaaaa. Ja, die Mörser-Drohne ist jetzt wichtig. Fuck, der, oh ne, der verschissene Jesus hat mich weggemacht. Wo denn? Ganz weit weg. 95 Meter. Nur vorsichtig, die Position ist nicht safe. Aber nach 95 Meter wird er ja jetzt nicht nur die ganze Zeit da raus. Schau mal, du bist jetzt 100 Meter von mir weg ungefähr. Schau mal, das ist gar nicht so weit. Das ist ne Drohne. Wenn du vor dir rangehst, hau ne Drohne hoch. Ich hab keine. Achso. Manchmal auch Gamer an die Leichen, gell? Aufpassen. Ah, da ist er, da ist er. Krusch. Angriff. Jetzt. Headshot. Geil. Auf, hau ab, hau ab. Du musst weg. Ich auf meine Position. Voll unter Beschuss. Der große bisschen feuert. Wird bloß nicht zu mir kommen. Da ist er auch weg. Was ist da hinten? Ich weiß nicht, wo die sind. Ich weiß nicht, wo die sind. Das hat ein gelben Kreis. Ich kann nur drüber markieren, wo es gelb war. die Mörser-Krone hochgeschickt. Geil, beide mit Mörser, ist das geil. Aha, da ist einer kapiert. Ein Freund oben auf dem Berg liegt im Dreck. Das war ganz gut so, da habt ihr beide Diagonalfeuermöglichkeit. Oh, du aber lieb, eine Spritze. Ja, und jetzt los, danke, danke. Wir sind hier, hier hoch, hier hoch, auf Minenfeld, nicht in roten Kreisen. Diese vier Leute. Drei niedergestreckt. Die alle dort, oder was? Ich glaube, ja. Ist alleine. Ich glaube, du hast ihn verfolgt. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ich kann nicht vergessen, da, der ist da oben bei mir, in meiner Position. Nee, lauf, lauf, lauf. Du kannst nicht weg. Du sollst die Steine haben. Komm, die Mörser-Drohne auch noch. Vergessen kannst du nicht gegenhalten. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass es endlich funktioniert. Sollte es mal so, dass wir nicht mehr abhacken. Genau so ist es. Keiner kommt. Achtung, links rum gucken, um die Ecke, Vorsicht. Der ist schon hier ungefähr. Steht da, der zielt. Bisschen weiter links von dem Pfeil. Da ist er. Jetzt. Hedgehog. Ja. Ander Idiot kommt da. Hinter dir, hinter dir. Fuck. Ja, ja, es waren zu viele. Ah, das ist alleine geht nicht. Zwei muss mindestens sein. Oh, jetzt dauert es mega lang, das zu starten hier, oder was? Ja. Ich muss ja irgendwas machen, reparieren. Nee, nee, startet eigentlich schon. Seid ihr schon fertig mit der Runde? Nee, eins, eins. Okay. Du kannst uns aber Glück wünschen. Ja, ist wahrscheinlich jeder jetzt. Du hast zwei eins. Ja. Was ist jetzt letztendlich? Unentschieden. Was ist denn, wenn unentschieden ist? Ach komm ey, jetzt nimmt mir alle mal eine Sturm. Dann nehmen wir doch eins eins normalerweise. Was ist das für eine Scheiße, ich hab doch eine Sturneres. Was soll das? Warum nimmt er das jetzt weg? Er weiß das nicht, dass du nicht Recruit spielen willst. Gut. Okay, ich bin drinnen. Uh, endlich. Mach mal ein Ding runter. Geht's hier noch schnell fertig? Da ist noch ein freier Platz beim Recruit. Kann man wünscht ausrichten. Nee. Und du kannst nix machen, nee. Ich nehme immer die Sniper von dem. Und schnelle Hände. Ja, sie sind die Feinde der Gegend. Und das Wiederbeleben schnell geht. Hier immer noch... Du kannst hinlegen, ist immer am besten. Du kannst dir auch deine Figur so anziehen, ne? Mit, mit, äh... Welches Level seid's denn ihr jetzt? Alle schon, ne? Ich bin hier gefühlt immer noch der Niedrigste, irgendwie. Ja, das bin ja wohl ich. Ja gut, ich bin Stufe 16, aber trotzdem. Ja. Das wirkt so realistisch, die Scheiße. Da ist ja so'n Ding da drin. Da muss schon Richtung... Boom da runter, ich glaube. Wo zur Hölle wollen sie hin? Zurück zum Team. Empfange Signal vom Aufklärungsturm. Er ist fast aktiv. Jetzt wird es nicht rum. Ich bin hier gespielt. Da ist ja auch in der Nähe. Die Niedrigstehemen. Ja. 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 Dann. Was kommt hier in Wienfeld her? Hier war schon einer Falschen Knopf Drohne raus Headshot Dank Drohne der ist auf dem Berg wieder oben drauf wo vorhin war der Ander Ich wundere mich wo das Ding herkommt, zerschieße es und gucke aber nicht wo einer ist Schein Lassen tue ich die Scheiss Mine entschärfen Ich bin noch zwei auf dem Ding oben Ich bin noch zwei auf dem Ding oben Ich bin noch zwei auf dem Ding oben Die Bomben ist halt ein Risiko weil sie ja wissen wo sie entschießen müssen Ich glaube schon dass sie auf dem Berg oben nicht verschanzen Was geht weg? Ihnen ist weg Schau auf da hat man ein gutes Schussfeld sobald du Beschuss kriegst gleich hinlegen Sehr schön Noch nicht getroffen Hier kommt einer Links von dir kommt einer Achtung Genau gleich unten Sehr gut Jetzt wissen wir wo er ist der letzte Ganz oben Der hat einen Vorteil gell Der ist riesengroß Kannst dir auch unterhalb ein bisschen zeichen Das knallt Oh ich hab den doch getroffen Vielleicht kommt es nicht an Ich sehe ja da ist ja so ein kreuz öffnen Blitz da Muss ja doch mal weg gehen oder Down sein Was will der mit der Knifte da? Hol mich Lover Das ist hier zum Beispiel Er ist hier Arno Er muss in Nahkampf gell Rettet da unten rum Ist er fertig? Noch nicht Aber tut der mich jetzt nicht wiederbeleben? Das verstehe ich nicht Da ist ein Meter weg von mir hier Der oben jetzt den zweiten belebt Haben sie es ja erlebt Jetzt geht er zu mir Oder? Ich muss auch erst überlegen Was er machen soll Sinnvoller ist Naja immer noch da oben Der andere ist schon nah dran Der Sniper von uns oder? Der Ghost in Asiland Wieso schmeißt der nicht Mann Da geh ich doch so hoch Ja geil Ja gut Wir haben gewonnen Ich glaube es ja nicht Ich glaube es ja nicht Kommt da hoch auf den Berg Denkst du Wo kommt denn die scheiß Mine her? Schieß natürlich auf die Mine Hol die Drohne raus Und gibt ihm noch ein Ziel Super So jetzt geht's zum Kamerad Jetzt noch jemand rein zu uns Ich brauche eine Einladung Ja Ich brauche eine Einladung Ja Ich brauche eine Einladung Die immer voll sind Die Dinger auch noch Naja Zwei, drei Spiele Meistens bei Fan Level Up Ich brauche eine Einladung Ich brauche eine Einladung Ich brauche eine Blendengranate Ich brauche eine Blendengranate Und wir haben einen Schmissen In den Häusern vielleicht Wenn es jemand meint Er muss sich im Haus verstecken Aber das macht ja fast keiner Dass die Wirkung so so schlecht Richtig bei sich dann nicht Wo habt ihr eigentlich Eure Granaten werfen Auf G oder was? Ja Ja Ich würde eigentlich Sein Anfang an schon so machen Wie bei Reinwo Aber ich habe es noch nicht geschafft Normal kommt sie hier wo die Madonna Statue ist geschmeckt Holy. Shit schon Beschuss Geiß einer an Vor mir rüber Ich spreche ab Ich bin zwar... Oh Scheiss, da war tatsächlich... Ich finde, da sehe ich nichts. Vier. Einer ist am Haus. Und ein anderer an der Straße. Geil, sehr gut. Pfeil, jetzt kommt welcher. Nicht getrickt. Der ist irgendwo hier unten. So viel wie ich weiß. Was hier am RQ? Bei der Straße. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn, oder? Ne, halt, das war der Busch. Ich mache Turm. Sehr gut. Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Hallo. John, hast du Ghost War? Gerne, hast du Wildlands? Nein. Warum nie? Gut. Da oben. Macht schon Spaß. In dem Fall sehr spannend. Du bist ja eher ein Camper, oder? Das würde dir bestimmt Spaß machen. Sniper liegen und warten, dass sie die Reinkoche reinlaufen, die Geier. Jagen sie die Feinde in der Gegend, sonst schalten sie sie aus. Ist schon einer weg? Hä? Sniper direkt, oder was? Der hat den hier wegschießen können. Doch über den Berg. Und Mörser war ja auch nicht. Keine Ahnung. Jetzt ist die Mörser-Frohne weg. Sehr schön. André ist markiert, der Arm. Ah, fuck. Irgendwo hinter mir war der. Wir müssen den holen, den Geier. Er ist fast aktiv, nur noch ein Gegner. Der letzte dürfte auch irgendwie hinten sein, Busch. Aber was macht er denn? Ich hab gedacht, ich rette dich, dabei reagiert es gar nicht, weil der schon rumfuckt. Unterwegs. Ich glaub, die haben den Sniper aufgehoben, ja. Die sind hinten hinter dir, Busch. Die sind ganz hinten wieder, äh, da hinten. Im Wald irgendwo. Da lag der Sniper, da hab ich ihn abgeknallt. Ich hab was hohe, glaub. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die mich gesehen haben. Aufklärungsturm wieder online. Oh, ich mache. Sehr schön. Ich bin nah dran. Die sind hier. Nur noch ein Gegner. Erledigen Sie. Ein Gegner, der ist schon hier. Ich bin gespottet. Hab ihn. Hab ich dich, du schwein. Oh, oh. Hedgehog. Ha ha ha! Levelaufstieg, juhu! Oh, ich wollte noch was anmachen. Schade. Ich glaube, ich komme mit dem Ranger auch richtig gut zurecht hier. Das ist ja alles Long Distance hier. Hä? Hier ist alles recht weit, weil das so offen ist wegen den Kakteen. Man kann sich ja mit einem unten bei den Turm hinstellen in die Häuser rein. Da kommt fast immer einer an gelatscht und will gucken. Ich komme am Haus unten, dann gucke ich am Fenster, kommen schon zwei angerannt. Okay. Das ist ziemlich offen. Jagen Sie die Feinde der Gegend, dann treten Sie sie aus. Okay. 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 Away Dragon. oh. Ja das war ja klar. Du darfst da mal nicht alle drei auf einen Hauffender sein. Du darfst ein bisschen mehr verteilen. Wenn es mehr Leute wären, dann wäre es ein Endlosspiel, weil immer wiederbelebt wird die ganze Zeit. Ja, dann musst du es halt wegmachen. Ja. Einen kriege ich und dann schließt der andere mir hinten rein. Für kurz wie die Runden verlaufen, könnte man da echt noch was dranhängen, oder? So ein 3-0 oder so ein 4-0 über die Rang. Jagen Sie die Feinde in der Gegend, sonst schalten Sie sich ja aus. Jetzt wird erst eine Drohne befestigt. Schauen wir mal, ob einer auf dem Weg ist, so ein Ding oben zum Turm. Scheiße, naja. Ey, dieser Typ, Alter. Das gibt es nicht, Mann. Der ist hier. Ich habe eine Markierung. Scheiße. Nein, der ist hier. Schaut gut aus, der Sniper ist einfach zu gut für uns. Der Sniper ist das Problem, Bush, der ist aber zu deiner Linken. Der Sniper ist ein Level 1er, Alter. Ne, das ist ein Bustige 1er. Der Sniper ist ein Bustige 1er. Alter. Jetzt kommt der Medik. Der zielt schon auf dich. Pass auf, die Richtung, Bush. Da. 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 Ah, es geht so schnell. Dann strickst du eh die ersten Schüsse nicht mit und dann bist du eh weg. Ach! Da. Was macht das? Bin gut. Geht so schnell. Machst du kurz Pause bitte? Jetzt! Ja, ich will schnell, äh, Ding hier. Aufrüsten. Ah... Ja, will ich... noch schnell. Ist das jetzt wieder ein Spiel oder hast du beendet? Ja, beendet. Hast du doch gesagt, rückwärts. Fertigkeiten, oh, Wächter, was ist das? Die Hürde steigst in deinem Rang, umso mehr Ding hast, umso längere Markierungsdauer. Das macht ja gar keinen Sinn. Wenn es der, der OP ist, natürlich dann noch mehr OP. Noch Kaffee.